Die Gäste hier in blau und schwarz gestreift, von links nach rechts, Mainz, ganz klassisch, auch in ihren Vereinsfarben, rot und weiß kariert, im Ballbesitz, dann natürlich in der Verteidigung mit Finverkette, und jetzt haben wir Timo Fugupil am Ball, der direkt aus 20 Metern und schweißt das Ding ein, keine Chance mit David Ostpelt, und das ist direkt der Kickstart, da brauchen wir nicht mal die zweite Halbzeit. Ich wollte gerade sagen, das fängt ja an hier, das ist ja unglaublich. Wie die Feuerwehr. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und du, Micha, du predigst es immer, du predigst es immer. Er muss schießen. Er hat Platz, gar kein Gegnerdruck. 30 Meter und der Ball dreht sich, und keine Chance, kann man fast sagen, für Justin Ostpelt, den Lichtensteiner-Nationaltorhüter. Manchmal vom Laster lässt, sowohl positiv als auch negativ, und Jolbe Recherfers mit dem nächsten Fernschuss, aus Feld, lass da vorne klatschen, Danny Schmidt versucht abzulegen auf Tim Müller, ripuliert mit dem nächsten Waldschuss, und da die Latte! Das gibt dann aber eben halt Lücken, hier jetzt gerade, 30, 40 Meter vorn, Schraffraum, Superpasta von Tim Müller auf den Schmidt, der will den Abschluss tut und ausbildet! Jetzt Rupil, bringt den Ball auf den 5-Meter-Raum, und Schabani kann den Ball annehmen, und das ist das Tor! Tor für Mainz 05! Was ist denn hier los? Aber da wurde er auch sträflich alleingelassen, kann den Abpraller da in Seelenruhe nehmen. So, sehen wir gleich, da haben sie den vergessen gehabt, hier der Ball springt schön von seinem Fuß weg, und dann steht er ganz frei, sein Gegenspieler ging eigentlich schon in die andere Richtung, und er steht für 2 zu 0, 28. Minute! Der ist drauf, lässt sich tief fallen, nimmt auf außen, Rupil, der ist auf außen, im 1 gegen 1, gegen Wiesmann, auf den 2-Meter-Ding da, und ein Kissen! Tim Müller mit dem Abschluss aus der zweiten Reihe geblockt, immer noch am Ball, Tönster Werder mit der Breakdance! So, jetzt Rupil! Der wächst wieder aus der zweiten Reihe! Oh, und was, ein Hammer wieder! Der zweite Aluminium-Treffer! Da sollst du doch meinen, da könnte man schon mal auf einen aufpassen, jetzt vielleicht mal Angriff, über Verleihe! Der zieht gut in den Strafraum, mit ganz viel Tempo, legt über den Hinterball, Lasse Ries! Und Tim Müller, dieses Mal kommt er vorbei! Der legt ab auf Aga, der kann den Schuss aus der zweiten Reihe! Das ist der nächste Latentreffer! Nächste Foul! So! 18 Minuten noch zu gehen! Und das Spiel war gut, wir stehen die ganze Zeit... Oh, und wir sind jetzt auf der zweiten Reihe! Lasse Ries! Mit einer Superparade! Oh, der Schabadi auch heute starkes Spiel! Hat sich auch schon mit dem Tor belohnt! Und jetzt... Und das gibt... Gelb! Noah Awasi! Rot! Gelb-Rot für... Noah Awasi! Rechts! Oh, die sehen sehr unmotiviert aus, jetzt die... Ja, Tim Froupier mit dem Ding! Und das ist das dritte Mal! Aluminium! Schiedsrichter schaut auf die Uhr! Könnte jetzt eigentlich auch sagen, komm, das ist gut sein! Macht er auch! Und da ist das Spiel aus! 2 zu 0! Mainz 05 das erste Mal in der ersten Halter entschieden! Auf Wiedersehen! In der dritte Mal in der謝! Bis zum nächsten Mal! In der dritte Mal im Laus newspapers, bei der dritte Mal im Naus. Bis zum nächsten Mal.